So meine Lieben, jetzt noch mal einen guten Morgen von mir. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Fotokina, sind quasi jetzt eben gerade losgefahren und du musst die erste Auffahrt weiter zu machen. Ja, hier. Was? Genau. Und ja, ich freue mich schon total irgendwie. Das wird bestimmt richtig cool. Und ja, ich bin sehr gespannt und ich hoffe ja, weil ja die Karten, die ich habe, die habe ich ja bei der typischen Sissi gewonnen. Und sie sagte ja auch, dass ich sie ansprechen soll und zu ihrem Vortrag kommen kann natürlich und so. Und ja, ich hoffe wirklich, dass ich sie treffe, dass ich vielleicht ein, zwei Minütchen mit ihr quatschen kann. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ach Leute, kleines Update. Es ist jetzt 5.30 Uhr und wir stehen im Stau. Seit fast einer halben Stunde oder so auf der A1. Ich schaue mal gerade auf Navi, was das Navi sagt, wie lange wir jetzt noch brauchen. Okay, insgesamt noch 34 Kilometer, jetzt noch 44 Minuten. Und es stehen noch hier 10 Minuten Stau. Also, ja. Tja, was haben wir da zu sagen? Wir sind schon extra eine halbe Stunde eher losgefahren, damit wir um halb 10 da sind. Und um 10 geht die... Huch, fokussier doch mal. Geht die Fokussi... Foto... Foto... Foto-Kina los. Wir können auch hier irgendwo ranfahren und mit dem Zug fahren. Das ist so nervig gerade. Mäh... Ich will doch einfach nur auf die Foto-Kina. Mäh... Aber man hat es sich ja schon fast gedacht. Das ist eine Scheiße, dass es so gar nicht richtig vorangeht irgendwie. Und ja... Der Fuß ist schon richtig taub, Alter. Sicher? Ich hab von der Kupplung die ganze Zeit reden. Wenn du willst, kann ich auch weiterfahren. Nee, ist okay. Müssen wir gleich mal tauschen oder so. Ja, und das ist eine schöne Farbe. Sieht man das? Nein, das ist keine schöne Farbe. Doch, die Farbe ist schön. Sag nein. Aber das Auto ist nicht schön. Ja, das Auto sowieso. Also schon, aber nicht für mich irgendwie. Nein. Ah, das, das, das. Ja, wir gucken uns die ganze Zeit Autos an. Ach so, der einzige Trost, den wir irgendwie haben. Oder? Dann guckt schon einer drüber. Was macht die da mit der Kamera? Andere Leute. Ja, so sieht das aus. Und die sind natürlich alle schlau hier, ne? Hier nebenan ist eine Raststätte. Die fahren hinten alle auf und fahren dann nach vorne wieder drauf, was es vollbringt, weil dann kommen sie von rechts von der Tankstelle, beziehungsweise von dem Rasthof und links ist Reißverschluss. Haha. Tja, naja. Dauert im Grunde halt alles noch länger. Egal. Leute, wir sind endlich da. Es ist jetzt irgendwie mittlerweile halb elf. Hier hinten wird geparkt überall. Da. Und wir gehen jetzt zum Eingang. Ich bin so gespannt. Alles klar. Und ab Marsch. Ich habe hier meine kleine Minitasche für diese Kamera. Für den Fall, dass ich die doch mal wegstecke. Und mein Schatz hier hat hier einen Rucksack. Und jetzt geht's los. Tja, mal schauen, was uns so erwartet. Ich bin sehr gespannt. Oh, da hinten ist schon der Eingang. Eingang Nord. P21 habe ich jetzt gesagt. Ne? Ja. D. P21. P21. Das Kärchen. Wir sind drin. Yay. P21. So. Da kann ich vielleicht mal so eine Karte mitnehmen. Ja. Wollen wir mal machen? Da bei dieser Fotokina Daily. Da rechts bei der Dame. Da langsam laufen. Wahnsinn. Da sind's. Wir besorgen uns jetzt erstmal eine Karte. Was heißt das? Tut mir leid, falls er zwischendurch heute nicht so richtig geil fokussiert. Ich muss um 12 Uhr in Halle 5. Halle 5 habe ich gesichtet. Wo ist Halle 5? Wo sind wir drauf? Nordeingang. Ja. Nordeingang. Ah, da oben sind wir. Ja, im Nord. Okay, also müssen wir da hin. Ja. Wir gucken erstmal. Ich sag mal so, wir gehen erstmal rein. Oder? Wir stehen da nochmal die ganze Zeit drauf in den Raum, was los ist. Vlog, komm. Wollen wir vielleicht erstmal gucken, wo wir hinwollen und statt loszuhängen? Wir gucken uns doch alles an, oder nicht? Ja, dann lass mal den Raum abgehen. Lässt du direkt in den Raum gucken. Ja. Picture Park. Oh, ist ja jetzt schon warm. Wow. Cool hier. Hier kann man so Objektive mieten und sowas. Das ist echt cool. Oh, wie geil. Guck mal. Stress. Ein bisschen Kirmesfeeling und sowas. Wie cool. Was haben wir hier? Ja, da gibt es ja immer so Shows dann. Um die und die Uhrzeit. Bitte. Spannend, spannend. Action Copter World. Wann ist es dir die Maschinen da oben zu gehen? Ja. 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 Musik Ich bin vor einem jungen Mann, der hat eine Jaworske-Mütze auf, der verteilt hier schon die ganze Zeit Traumzucker, weil diese ganzen Schlangen hier hinten einfach mal einen Autorams will oder so. Ich stehe doch erst 20 Minuten hier, etwas länger. Ja, das geht eigentlich ganz schnell. Es gibt doch noch Licht. Vielleicht ein bisschen mehr nach da. Komm, wir machen die Besuchung. Wir haben die extra hingesetzt. Okay, komm, wir gehen aber ins Publikum rein. Okay, cool. So, poste ich direkt. Mit 500.000 Zuschauern. Oh, sie kommen super rüber. Guck mal hier. Er ist hier komplett in Schussrichtung, oder? Ja. Nein, ich habe Sissi. Gehst du Sissi? Ähm, habe ich schon mal gehört. Ach, hallo, Sissi. Guck mal, ihr könnt euch doch schon mal kennen. Sissi, Marius, Marius, Sissi. Hi. So. Hi. Wie ernst ich mich immer kennen? H. Nein, die kann ich nicht. So funktioniert das. Einfach im Kommentar schon mit H und direkt H. Hier, wir starten natürlich immer mit einem schönen ersten Applaus. Ladies und Gentlemen, viel Spaß mit Sissi. Ja. Und genau zu dem Zeitpunkt kommt der Wildschirm schon da. Also, wie wir gerade schon gesagt haben, erfolgreich auf YouTube. Erfolg definiert natürlich jeder komplett anders. Für einen sind es die Klicks, für einen ist der Spaß. So, wir waren jetzt bei der lieben Sissi in der Vorstellung. Und sie baut jetzt gleich hier hinter mir ihr Equipment auf. Da werde ich nochmal ein neues Foto mit ihr machen, weil auf dem anderen waren wir irgendwie so blas. Und sie ist so eine Liebe. Ich habe gerade ganz kurz mit ihr gequatscht und das ist einfach so cool. Und sie ist einfach so, so da einfach. Sie ist nicht irgendwie, uch das Licht, nicht irgendwie hochmäßig oder sowas. Gar nicht. Und ja, sie ist einfach super lieb. Und wir haben noch keine Gucci-Tasche. Nehmen noch gar nichts. Wir sind auf jeden Fall heute noch eine Weile hier. Die laufen ja alle mit so Nikon-Taschen rum. Da möchte ich auf jeden Fall noch an den Stand, weil ich ja auch eine Nikon habe. Und in dieser Halle hier ist auch die Sony, äh, der Sony-Stand. Und da ich ja hier mit der Sony filme, möchte ich da auch noch mal schauen, ob man da vielleicht noch irgendwie ein Poster oder sowas abgreifen kann. Wie gefällt es dir bis jetzt hier so? Keine Ahnung. Voll. Ruhig, es ist ruhig. Im Vergleich zu Gamescom ist es wirklich ruhig. Und hier ist im Vergleich zu Gamescom nicht groß. Viel angenehmer, viel cooler. Und dann das Besondere an Youtube ist es, wenn wirklich einfach, der ist eigentlich ein dem man möchte und lasst ein. Fini, hast du gesagt, es ist nicht, ne? Nee. Schaut mal, wer hier ist. Leute, die lieben Sissi. Das Licht ist jetzt leider ein klein wenig unvorteilhaft. Vielleicht ist es so besser. Und zwar, ähm, Sissi, was machst du, wenn du keine Ideen mehr hast? Wenn dir vielleicht noch so ein bisschen die Motivation fehlt? Also grundsätzlich ist es gut, wenn man sich vorher eine Liste macht mit Ideen, in der man immer wieder kramen kann. Also wenn ich mal nicht weiß, was mache ich jetzt, dann gucke ich erstmal da rein. Und wenn mir dann trotzdem nichts einfällt, dann überlege ich so tatsächlich, was würde mich jetzt interessieren? Und was kann ich selber gebrauchen? So bin ich zum Beispiel vor zwei Wochen oder so auf meine Schmuck-DIY-Kiste gekommen, weil ich überlegt habe, oh, das Ding nervt mich schon lange, ich will da was machen. Und dann habe ich gedacht, oh, mache ich doch jetzt einfach als Video. Ja. Ja, das ist cool. Vielen Dank. Ja. Wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter. Und dann vielen Dank, wir haben uns sehr schönes zusammen. Es gibt sogar geile Autos. Ich wusste gar nicht, dass wir auf der IAA sind. Oh ja. Das kostet aber auch schon einiges. Ja, da war die Liebe Sissi. Ich habe mich so gefreut, es war total cool und sie ist so eine Liebe. Man kennt sie ja vom Bildschirm aus, sage ich mal, aber wenn sie dann vor allem steht, ist es dann doch nochmal was anderes und sie ist so lieb. Ja, ansonsten, wenn wir hier jetzt mal noch etwas rumlaufen. Ich muss unbedingt zum Nikon-Stand, habe ich das eben schon erwähnt? Keine Ahnung. Aber hier laufen alle mit einem Nikon rum. Mal gucken hier. Hallo meine Lieben, ich sehe wahrscheinlich völlig fertig ist. Aus, ich kann noch nicht mehr mal richtig sprechen. Es ist jetzt ungefähr viertel nach vier. Wir sitzen jetzt wieder im Auto mit Sissi, das war total cool. Ich wollte eigentlich noch ein Foto vom Jaworski, also mit dem Jaworski und ein Autogramm. Allerdings hatte der erst um vier Uhr wieder eine Vorstellung und da war es schon wieder brechend voll. Und danach hätte er dann wieder Autogramme gegeben. Aber da wäre es wahrscheinlich wieder zu einer Megaschlange gekommen und so langsam wurde ich auch irgendwie müde. Und ja, vielleicht nächstes Jahr ist ein bisschen schade, dass das so auch so mittendrin der Stand und ja, ich weiß nicht. So langsam ging dann die Lust auch ein klein wenig flöten. Aber so an sich fand ich es ganz cool, oder? Besonders halt so diese YouTube-Geschichte, weil es halt auch immer mehr so in Richtung Kameras geht und so. Man muss sich da halt schon dann irgendwie mit auseinandersetzen. Und ja, wir werden jetzt noch schnell zu McDonalds fahren, weil ich nämlich Pipi muss und das jetzt gerade nämlich nicht mehr getan habe auf der Messe. Und ja, dann werden wir es auf den Weg nach Hause machen. So, wir waren jetzt noch kurz im Kaufland und sind jetzt wieder zu Hause. Und ich bin irgendwie einfach nur im Eimer. Ich bin total müde, total kaputt irgendwie. Ja, und ich muss jetzt doch noch den kompletten Vlog schneiden, der ja morgen online geht, weil ja heute Samstag ist. Also, gestern hatte ich auch keine Zeit. Genau, gestern hatte ich auch keine Zeit und deshalb muss ich da jetzt gleich noch ein bisschen Gas geben. Wunderschönen guten Abend. Es ist, okay, mittlerweile schon der 25.09., also quasi schon Sonntagmorgen. Es ist Viertel vor eins und ich hatte das Video, also meinen Vlog für heute Morgen, soweit gerendert, hatte den hochgeladen. Es war alles fertig, bis mir auch gefallen ist, dass leider an den Stellen, wo ich die Geräusche weggenommen habe, den Sound weggenommen habe, keine Hintergrundmusik hinterlegt war. Aber das bedeutet, nochmal neu machen, neu rendern und das Rendern wird jetzt auf einmal 15 Stunden dauern. Okay, das macht mir ein klein wenig Angst. Vielleicht sollte ich vor dem Rendern einmal den Laptop neu starten, bevor mir noch mehr Zeit verloren geht. Und ich denke, ich werde morgen früh dann einfach um halb neun aufstehen, das Video hochladen und alles Weitere jetzt schon fertig machen, damit ich dann morgen nur noch das Wichtigste machen muss oder nachher vielmehr. Ja, naja, nicht so sehr befriedigend. Aber ich will jetzt gleich mal ins Bett gehen und meinen Freund weggen, weil der hat nämlich eigentlich morgen Abend Nachtschicht und hat jetzt mal eben so eine Stunde geschlafen, obwohl er eigentlich die Nacht durchmachen wollte. Und kriegt irgendwie den Dreh nicht wieder wach zu werden. Ist natürlich schlecht, weil er sonst morgen Abend völlig fertig ist. Tja, deswegen sage ich jetzt erstmal gute Nacht. Guten Morgen, meine Lieben, es ist, beziehungsweise guten Mittag. Es ist jetzt fast schon halb zwei gleich. Okay, es ist jetzt gleich schon halb zwei. Ich habe heute noch nicht wirklich viel gemacht. Ich habe heute Morgen um irgendwie halb elf mein Video endlich hochgeladen gehabt. Das musste über Nacht ja nochmal rendern und dann ist das leider etwas verspätet online gekommen. Ja, ansonsten haben wir jetzt gerade gefrühstückt. Kannst du mal die Musik leise machen oder was? Ich habe keine Musik, das ist, das ist... Tja, auf jeden Fall habe ich dann ja gestern Abend um 10 Uhr den Hermann noch gemacht. Der riecht sogar ganz lecker. Sagt sogar mein Freund, müssen wir mal gucken, wie der schmeckt. Und dann möchte heute noch eine Freundin vorbeikommen und sich ein weiteres Stück Hermann abholen, weil man den ja durch vier teilen muss. Zwei habe ich eingefroren und den dritten habe ich in so ein 0 Grad Kühlschrankfach getan, damit sie sich das abholen kann. Und ja, jetzt sitze ich hier gerade, schaue YouTube-Videos und werde heute wahrscheinlich nicht mehr so viel machen. Ich wurde gestern auf der Fotokina nach einer Visitenkarte gefragt. Das heißt, ich werde mal schauen, ob ich mir da vielleicht mal ein paar entwerfe. Und ja, das ist das, was ich so machen werde. Wahrscheinlich werde ich auf unserem kleinen Server, den wir hier haben, mal schauen, meine ganzen YouTube-Videos so ein bisschen zu komprimieren. Weil ja, wirklich viel Speicherplatz frei habe ich da irgendwie nicht. So, guten Abend, meine Lieben. Ich habe heute nicht mehr so viel gevloggt. Es war vorhin noch eine Freundin da. Und wir haben super nett miteinander gequatscht. Und ja, irgendwie verquatschen wir uns immer. Aber das heißt einfach nur, dass wir zu wenig Zeit haben zum Quatschen. Und ja, ich werde jetzt ins Bett gehen. Ich habe eben jetzt noch versucht, mir so ein paar eigene Visitenkarten zu machen. Aber da bin ich irgendwie nicht so weit gekommen. Weil ich wurde auf der Fotokina nach meiner Karte gefragt. Aber ich habe keine. Vielleicht sollte ich einfach mal nur so ein paar haben, die ich so mit rumnehmen kann, mit rumschleppen kann, falls mich dann noch mal jemand fragt. Ansonsten sage ich jetzt dann erst mal bis morgen. Und ja, dann startet es wieder in die Woche. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist jetzt Viertel vor sieben. Ich fahre gerade zur Arbeit. Und ich habe heute Morgen den Job meines Lebens bekommen. Ich habe mich auf die Waage gestellt. Und habe jetzt innerhalb von ca. 14 Tagen zweieinhalb Kilo zugenommen. Und ich meine, mein Freund hat mich hervorgewarnt, dass durch das Absetzen der Pille mein Gewicht nach oben gehen kann. Aber so nach oben und so schnell, damit habe ich nicht gerechnet. Und das hat mir heute Morgen so einen kleinen Schock gegeben. Und deshalb werde ich quasi ab sofort, ab jetzt wieder anfangen, meine Sachen, die ich esse, aufzuschreiben. In meine App, FDDBR, um einfach nur mal so in Übersicht zu kommen, wie viel esse ich denn momentan einfach. Wir haben jetzt leider für die Woche schon eingekauft. Und ich sehe es nicht, ein Lebensmittel wegzuschmeißen und so weiter und so fort. Außerdem mache ich an so einem Pizza-Produkt-Test mit. Das ist alles etwas blöd gerade. Aber ja, ich muss einfach wieder was tun. Und wenn es halt einfach nur der Sport ist, mich da langsam wieder ranzutasten mit dem 14-Tage-Fett-Verbrennungs-Crash-Kurs. Also ich bin echt, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Ich bin schon quasi den Tränen nahe, wie man überhaupt schon wieder so viel zugenommen haben kann. Zumal ich auch schon an dem Punkt war, dass ich 150 Kilo weniger hatte. Äh, 150, Quatsch. Dass ich 15 Kilo weniger hatte und mir geschworen habe, dass ich nie wieder mehr wiegen möchte. Tja, das hat sich jetzt leider nicht bewahrheitet. Und weshalb ich auf jeden Fall wieder jetzt was tun werde. Ihr seid natürlich live dabei. Ähm, ja, wie gesagt. Ich hoffe, dass das jetzt zügig und schnell was wird, weil es ist einfach scheiße nervig. Hallo meine Lieben, ich habe jetzt Feierabend. Es ist jetzt gleich 10 nach 3. Ich wollte jetzt nochmal schön ins Kaufland fahren. Weil ich nämlich nochmal ein wenig Müsli brauche. Puh, wie das Auto qualmt. Genau, ich brauche nochmal ein bisschen Müsli. Ich fahre deshalb jetzt mal eben nochmal schnell ins Kaufland. Das ist ja hier direkt um die Ecke. Und ja, so sieht das jetzt gerade aus. Dann werde ich mir überlegen, was ich für Mittwoch für ein Video mache, weil ich noch überhaupt gar keine Ahnung habe. Richtig gut. Nicht, aber so ist das manchmal als YouTuber. Ja, für ein Food Diary habe ich irgendwie nicht genug. Und auch zu unregelmäßig. Und ja, soweit so gut. Jetzt weiß ich irgendwie nicht so richtig, was ich so sagen soll. Auf jeden Fall ist heute echt schönes Wetter, muss ich mal so sagen. Richtig gut. Es gibt nicht sonderlich viel zu erzählen. Es war ein recht stressiger Tag, aber es war auszuhalten. Es war okay. Das kennt, glaube ich, jeder von euch. Passt jeder. Morgen müssen wir wahrscheinlich schon wieder die Katze einsperren. Weil die nämlich wieder, also wir brauchen wieder eine Pipiprobe von ihr. Da wurden wir darum gebeten, bevor halt die neuen Tabletten leer sind, dass wir da nochmal eine abgeben. Es wird mit Sicherheit wieder Blutdämonorin sein, weil das war es ja die ganze Zeit. Und das werde ich dann zur Note der Ärztin auch sagen. Ist halt irgendwie sehr, sehr unbefriedigend. Huch, da hat er schon rot, ist nicht gut. Ja, alles sehr unbefriedigend. Wir müssen jetzt so dunkel, eigentlich ist es megamäßig hell. Und ja, die Perspektive ist immer noch mehr als, mehr als, ich habe heute so Probleme mit Wörtern zu finden. Mehr als unvorteilhaft. So, Mensch, und ich gehe jetzt ins Kaufland. Hallo, meine Lieben, ich bin jetzt mittlerweile auch zu Hause. Ich mache mir gerade mein Essen für morgen und übermorgen. Und zwar Minutenschlüssel mit Brokkoli. Und ja, mehr gibt es gerade. Eigentlich nicht so wirklich zu sagen. Ich bereite das Essen, wie gesagt, schon mal vor. Huch, wollte ich denn die Kamera hin? Genau, und dann lege ich das nächste da rein. Pro Tag so drei kleine Minutenschnitzel. Einfach mit einer ordentlichen Portion Brokkoli. Finde ich super lecker. Ich liebe Brokkoli und ich lasse die wirklich genau so eine Minute drin. Ich habe hier meinen kleinen Wecker, der mir das auch genau anzeigt. Und die nicht zu trocken werden. Das wäre nämlich doof. Und ja, das tue ich gerade. Ich habe mir eben überlegt, was für ein Video ich dann für morgen mache. Ähm, für übermorgen, Entschuldigung. Und es wird wahrscheinlich wieder ein Food Diary sein, was zwar nicht so gesund sein wird, aber man wird einen Wandel sehen, denke ich. Weil, wie gesagt, ich bin heute Morgen auf die Waage gestiegen und habe einfach nur einen Schock bekommen. Und ja. Allerdings ist es so, dass der Herrmann, hier, dieser kleine Mann hier, der muss jetzt leer werden bis übermorgen. Wir haben hier noch ein ganzes großes Stück eigentlich sogar. Und davon wird mein Freund nachher bestimmt auch wieder was mitnehmen zum Abendbrot oder zum Snack. Wie auch immer. So, die Minutenschnitzel, die sind jetzt fertig. Der Brokkoli, der muss noch eine ganze Weile köcheln. Und dann ist mein Essen für morgen und übermorgen auch schon fertig. Ich würze übrigens nur mit ein bisschen Salz, weil in uns ist leider der Pfeffer und Paprika ausgegangen. Und das müssen wir erst wieder nachkaufen. Ich habe mir übrigens neue Shampoo bestellt. Und zwar einmal hier von Paul Mitchell das Clarifying. Weil ich im Moment immer sehr schnell fettige Haare kriege und ich einmal mal schauen wollte, ob es halt nicht nur an den Hormonen liegt, sondern eben auch, dass ich ständig Trockenshampoo und so verwende. Dann war es kostenlos ein paar Panga dabei. Und zwar in so einem schönen Metallic-Blau. Bin ich sehr gespannt. Die originalen Papangas habe ich so noch nicht gehabt. Und dann einmal mein normales Shampoo, was ich im Himmel hole. Und zwar das Instant Moisture Daily Shampoo. Auch von Paul Mitchell, 300ml. Jo, habe ich mir bei haagelshop.de bestellt. Und ich werde mich jetzt abschminken und dann ins Bettchen gehen. Also sehen wir uns dann morgen. Gute Nacht! Hallo meine Lieben! Ich weiß, ich habe mich die ganze Zeit nicht mehr gemeldet seit heute Morgen. Ich bin jetzt schon wieder zu Hause und wir waren schon wieder beim Tierarzt. Tierarzt und konnten der Katze vorher auch Pipi entlocken. Und die haben gesagt, dass kein Blut mehr im Urin ist. Yay! Finden wir super gut, weil seit über einem Jahr hatte sie jetzt immer Blut im Urin. Und jetzt ist es zum Glück weg. Richtig gut. Sie bekommt jetzt noch Astorin oder so. Weiterhin natürlich das Simintra für die Nieren. Und das Cortison können wir jetzt auch langsam ausschleichen lassen. Das Antibiotikum kriegt sie morgen auch das letzte Mal. Und es ist so schön. Und hoffentlich bleibt es dann noch so. Und sie kriegt keinen Rückfall. Das wäre nämlich sehr, sehr blöd. Sehr, 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 sehr blöd. Und ja. Ich arbeite wieder Vollzeit. Richtig gut. Ab nächste Woche. Habe aber erstmal zwei Wochen Urlaub. Und dann geht es quasi in alter Frische wieder los. Und ja. Heute ist ein guter Tag. Würde ich mal so behaupten. Ich schneide jetzt noch mein Video für morgen zu Ende. Muss gleich noch das Voice-Over machen für das Video für das Food Diary. Ihr habt es dann ja schon gesehen. Ich verlinke es euch natürlich wieder unten in der Infobox und auch oben auf dem i. Und ja. Es ist schon halb sechs. Keine Ahnung, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Wir sind um zehn nach vier losgefahren. Jetzt habe ich gerade noch eine Wäsche angemacht und so. Tja. So kann das gehen. Die Zeit rennt ohne Ende. Und ja. Ich muss eigentlich gleich noch ein kleines Video drehen. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht mehr heute tun. Sondern vielleicht dann eher morgen. Übermorgen fahre ich dann nach der Arbeit zu einer Freundin. Und ja. Dann wird das vorerst mein letzter freier Freitag sein. Außer Urlaub natürlich. Okay. Ich habe das jetzt gerade alles schon mal gesagt. Aber ich habe vergessen auf Aufnehmen zu drücken. Ich habe bereits meine Haare gewaschen. Habe noch ein Video für Freitag weitergemacht. Und das ist jetzt fast fertig. Ich habe noch mein Video für morgen fertig gemacht. Das ist schon hochgeladen. Und soweit fertig. Wie gesagt. Ich habe meine Haare gewaschen. Mit dem neuen Clarifying Shampoo. Bin gespannt. Ob es meinen Haaren vielleicht was gebracht hat. Dass sie nicht so schnell fertig werden. Ansonsten werde ich meine Haare jetzt föhnen. Und ins Bett gehen. Also sehen wir uns morgen. Guten Morgen meine Lieben. Heute ist Mittwoch. Das war's Mitte der Woche. Das heißt fast schon wieder Wochenende. Yay. Und ja. Ich habe mich eben fertig gemacht. Ich fahre jetzt zur Arbeit. Es ist jetzt Viertel vor sieben. Irgendwie bin ich im Moment ein bisschen spät. Habe ich so das Gefühl. Aber ich habe da kein Problem. Also ich darf um sieben anfangen. Ich kann noch ein paar Minuten früher anfangen. Oder später. Und ja. Heute muss ich nachher noch ein bisschen Katzenfutter besorgen. Weil unsere Katzen im Moment das Ding haben, dass sie irgendwie nicht ständig dasselbe fressen. Deswegen ist es eigentlich so, dass ich bei Zooplus immer bestelle. Und dann halt immer etwas größere Mengen. Weil es halt einfach billiger ist. Aber es geht halt im Moment irgendwie nicht so gut. Und da wir nur noch eine Tüte hatten, werde ich nachher eben zu fressen abfahren und wieder so eine Mischung zusammenstellen. So ein bisschen Adult-Futter haben sie mal gefressen. Das finde ich ganz cool. Und Purina One scheint die ganz gerne zu mögen. Am Anfang hatte Muki ja immer Royal Canin. Aber das fasst sie irgendwie nicht mehr an. Vielleicht hat sie das einfach zu oft gefressen. Das ist ja bei uns Menschen auch so. Das ist wenn wir irgendwas zu oft essen, dass wir dann manchmal keinen Bock mehr drauf haben. Ja, das erstmal dazu. Danach werde ich dann meinen Vlog schneiden oder schon mal anfangen zu schneiden für Sonntag. Damit ich da halt so ein bisschen Regularität rein bekomme. Oh Gott, wie ich aussehe. Ja, genau. Und dann werde ich noch mein Video für Freitag rendern. Und das ist ja zum Glück auch schon soweit fertig eigentlich. Und jetzt geht's erstmal zur Arbeit. Hallihallo meine Lieben. Ich habe den ganzen Tag nicht gevloggt. Also heute Nachmittag zumindest. Und ich mache mich jetzt Richtung Bett. Die Wohnung sieht aus wie scheiße. Aber ich habe heute mein Video für Freitag zu Ende geschnitten. Und auch hochgeladen. Da muss ich nur noch die Beschreibung machen. Und dann bin ich durch. Ich hatte einfach keine Lust. Ich hatte keine Lust irgendwas zu tun oder zu vloggen. Es gab nichts zu vloggen. Und ich werde mich jetzt hier in unser gemütliches Bettchen legen. Also sehen wir uns morgen. Guten Morgen meine Lieben. Irgendwie habe ich es heute Morgen ein klein wenig verpeilt zu vloggen. Weil es nämlich schon voll spät ist und ich irgendwie getrödelt habe. Was natürlich irgendwie doof ist. Ja, ich bin gerade irgendwie so ein kleines bisschen Ja, was heißt sauer angesäuert. Ich bin einfach, es kotzt mich einfach an. Mein Freund kam gerade nach Hause und sagte so Also ich esse keine Süßigkeiten mehr. Ich will mich gesünder ernähren. Und ich esse auch kein Eiweißbrot mehr, weil da sind ja Kohlenhydrate drin. Und ich gucke ihn so an. Du hast dich kein Stück mit der Low Carb Ernährung irgendwie auseinandergesetzt. Was ich schon seit Monaten, gefühlt Jahren tue. Kommst nach Hause und erzählst mir einen von Low Carb und kein Eiweißbrot mehr, weil Kohlenhydrate drin sind. Und Eiweißbrot wäre nur was für Leute, die pumpen würden. Und er würde auf Eier umsteigen. Hä? Also irgendwie, keine Ahnung. Ich hasse das, wenn so Leute ankommen und mit so ein, zwei Sätzen so Halbwissen aussprechen und so ein auf Ich-Weißes tun. Obwohl sie sich nur mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Wirklich gar nicht. Und das finde ich einfach so schlimm, weil er möchte ja nicht No Carb machen oder also ketogene Ernährung betreiben, sondern Low Carb. Und Low Carb ist ja auch schon, wenn einem Eiweißbrot ist, mittags ein Salat mit Hühnchen oder Quark. Und abends dann eben Salat mit Hühnchen oder Fleisch mit irgendeiner Art von Gemüse oder so. Und ich weiß nicht, das ist einfach so, das regt mich innerlich so auf, dass ich mir denke, boah, wie kann man denn so ignorant sein irgendwie? Meine Haare sehen heute unglaublich schlimm aus. Irgendwie hat das Clarifying Shampoo nicht so wirklich was gebracht. Ich habe die ja vorgestern Abend gewaschen und ich musste heute Morgen schon wieder Trockenshampoo benutzen. Und trotzdem sehen sie irgendwie komisch aus. Also vielleicht muss ich das ein paar Mal mehr benutzen. Man sagt ja immer, dass die Kopfhaut sich auf sowas, dass sie sich umstellen muss, dass sowas Zeit braucht und so weiter. Ja, mal gucken. Ich werde ja schauen, was so bei rumkommt. Und auf jeden Fall ist das gerade so eine Sache, wo ich mich ein bisschen drüber aufrege, also über meinen Freund, weil ich das so unverständlich finde. Ich finde, er sollte sich lieber erstmal ein bisschen mit der Low Carb Ernährung auseinandersetzen. Und zwar nicht nur aus einer Quelle, sondern aus mehreren Quellen, so wie ich es auch getan habe. Und sich dann quasi so das eigene Zusammensuchen, Zusammenstellen. Versteht ihr, was ich meine? Weil es kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, wie habe ich vorher gegessen und was ist jetzt Low Carb. Und er weiß halt auch gar nicht so, was er den Tag über isst, weil er sich nie richtig aufgeschrieben hat, was er irgendwie gegessen hat. Ich habe das eine Zeit lang für ihn getan. Auch in dieser App, wo ich das drin mache, aber für zwei Leute eintragen, war mir einfach zu anstrengend. Und ich glaube, er verfällt dann auch schnell darin, zu wenig zu essen. Was natürlich dann wieder kontraproduktiv ist. Das Geile ist, immer er sagt, ich mache Sport, macht einen Nachmittag ein bisschen Bauchtraining, hat dann Muskelkater am nächsten Tag und das war's. Danach macht er nicht mehr weiter. Also irgendwie läuft da irgendwas falsch. Ja, sorry für die kleine Plauderrunde. Das brauchte ich jetzt gerade einfach mal. Ich fahre, wie gesagt, jetzt zur Arbeit. Und dann nach, also nach der Arbeit kurz nach Hause. Und danach fahre ich dann zu einer Freundin und verbringe dann den Abend. Und morgen ist dann ja schon wieder Freitag. Und dann werde ich wahrscheinlich irgendwie morgen früh oder heute Nachmittag noch den Vlog anfangen zu schneiden. Also so die Standardprozedere quasi. Hallo meine Lieben, ich habe jetzt Urlaub und Wochenende und überhaupt und richtig gut. Ich freue mich, ob ich überhaupt keine Ahnung habe, was sie machen soll. Mal schauen, wenn meine Mama Zeit hat, werde ich vielleicht meine Mutter besuchen fahren. Ähm, die weiß noch nichts von ihrem Glück. Ähm, ja, mal gucken. Ich habe echt keine Ahnung. Ähm, ich werde wahrscheinlich so ein bisschen YouTube-Kram machen. Ähm, vielleicht ein paar Arztbesuche und so Kram. Ähm, was man halt so macht. Also quasi Dinge, die man tut, wenn man sonst keine Zeit hat. Das werde ich wahrscheinlich tun. Die Bude mal auf Vordermann bringen. Also so quasi Grundreine machen. Aussortieren und so Kram. Ja. Vielleicht fahre ich am Wochenende mal ein paar Autos gucken. Ähm, ich werde höchstwahrscheinlich ein neues Auto kaufen. Ähm, ich schwanke noch zwischen zwei, drei Modellen. Auch kein Neuwagen, sondern wenn überhaupt, dann ein Jahreswagen. Alles andere ist mir einfach zu teuer. Obwohl es ja schon schöne, tolle Autos gibt. Ähm, aber die gibt es dann in dem Sinne wahrscheinlich auch gebraucht. Und ja. Ich freue mich da schon sehr drauf, dass wir eventuell bald dann ein neues Auto haben werden. Mal schauen. Und ja, so sieht das halt jetzt gerade aus. Ich werde jetzt nach Hause fahren, mich etwas frisch machen. Und danach, später, treffe ich mich dann, oder fahre zu einer Freundin. Und dann gehen wir in den DM. Ich freue mich, aber ich muss mich ein bisschen zusammenreißen. Weil, weil darum. Ja, man muss ja nicht ständig im DM ausatmen, obwohl sich das mit mir eigentlich in Grenzen hält. Das ist dann, wenn ich brauche wirklich was. Oder so wie zum Beispiel der Nix-Haul. Da wollte ich unbedingt nichts ausprobieren. Und viele Sachen von nichts ausprobieren. Ich hoffe, ihr habt mich jetzt gerade die ganze Zeit überhaupt verstanden, weil mein Fenster die ganze Zeit offen war. Haha. Sehr schlau. Ja. Auf jeden Fall ist das Wetter eigentlich ganz schön. Ich finde, es ist, also ich weiß nicht, übermorgen ist der 1. Oktober. Und es sind irgendwie 24 Grad oder so. Ich meine, was ich wirklich toll finde. Aber für Ende September, Anfang Oktober ist es doch noch echt warm. Obwohl ich ein ziemlicher Frostköttel bin. Selbst wenn ich sage, es ist warm, dann ist es wirklich warm. Und da hatte die Kamera ihren ersten Sturz hinter sich. Da hat so eine blöde Hype auf der Straße geparkt. Ich musste komplett ausholen. Tja. Und da ist die Kamera, weil ohne Sicherung einmal durchs halbe Auto geflogen, wie ihr gesehen habt. Ja. Nicht so geil. Ich finde, der Zoom, der ist jetzt ein klein wenig... Ein klein wenig lauter und leichter. Mal gucken, wie lange die Kamera jetzt also noch tut's. Zum Glück habe ich eine Versicherung abgeschlossen. Hallo, meine Lieben. Es ist jetzt schon der nächste Tag. Es ist Freitagmittag, 2 Uhr. Ich habe gestern nicht mehr gelockt. Ich habe das total vercheckt, weil meine Freunde und ich haben immer so viel zu quatschen, dass die Zeit verfliegt bis zum Gehtnichtmehr und die Katze frisst gerade. So nochmal. Ähm, und die Zeit verfliegt immer so sehr und, ähm, wir kommen einfach nicht dazu... Weiß nicht, wir haben keine Ruhepausen. Wir quatschen und quatschen und quatschen und quatschen. Was ja auch total cool ist, aber die Zeit verfliegt. Und irgendwie haben wir immer zu wenig Zeit. Also, es ist dringender Wiederholungsbedarf und deswegen habe ich gestern Abend noch nicht mehr gevloggt. Ich habe dann noch kurz angefangen, diesen Vlog zu schneiden und bin dann auch ins Bett gegangen. Heute Morgen habe ich auch nur einen Vlog geschnitten. Ich wollte eigentlich zum Arzt gehen, um mir noch Tabletten zu holen, die ich ab Dienstag oder Mittwoch wieder brauche. Dann rufe ich da an, stehe extra früh... Also, was heißt früh, aber stimme extra in den Wecker und so. Stehe auf, gehe duschen und so weiter. Dann rufe ich da an und die haben einfach mal heute geschlossen, weil heute Abrechnungstag ist. Tja, also muss ich da Dienstagmorgen noch hin. Dann habe ich Dienstagmittag einen Termin für meine Nägel. Eigentlich heute, aber der wurde abgesagt, weil die, die das machen wollte, krank ist. Und dann habe ich Dienstagnachmittag noch einen Termin beim Orthopäden. Falls es bis dahin noch nicht besser ist mit meinem Fuß. Etwas besser ist es geworden. Aber ich bin mir da noch nicht so sicher, weil der auch irgendwie dick wird. Der Fuß oder das Bein. Ich weiß auch nicht. Ich hatte da jetzt eben einen normalen Socken an, der ein bisschen höher war. Und da habe ich jetzt mega abdrücke. Man sieht halt einfach, dass der Fuß dick geworden ist. Aber ich habe heute ehrlich gesagt auch nicht so viel Lust, meine Strümpfe anzuziehen. Bzw. hatte bisher noch keine Lust, die anzuziehen. Und ich chill hier einfach so rum. Ich bin eben auch kurz eingeschlafen noch so ein bisschen, weil die Katze den ganzen Tag ankam und kuscheln wollte. Den ganzen Tag lag die hier auf meinem Schoß oder auf meinem Bauch oder sonst wo und hat nur geschnurrt und nur gekuschelt irgendwie auf meinem Gesicht gerade. Tut mir leid. Ja. Und im Endeffekt habe ich den Vlog jetzt mehr oder weniger fertig. Zumindest die einzelnen Sequenzen. Ich muss noch Musik hinterlegen. Und dieses Stück hier noch zu Ende machen. Also quasi den heutigen Tag. Und dann kann ich den schon hochladen. Wir werden nachher noch einkaufen fahren, denke ich. Aber wir brauchen ein paar Sachen. Wir haben noch nicht mal was zum Frühstücken oder so. Ich habe mir ein paar Brezeln gemacht, aufgebacken. Und ja, wir haben noch nicht mal mehr Milch oder irgendwas da. Gar nichts. Wir haben kein Wasser mehr. Nur noch meine angefangenen Flasche hier. Und deshalb müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was einkaufen. Und irgendwie sehe ich total komisch aus. Ich muss eigentlich meine Haare wieder waschen. Ja. Das ist so eigentlich heute der Tag. Wir wollen jetzt am Wochenende auch ein bisschen Autos gucken fahren. Da freue ich mich irgendwie schon drauf. Und eigentlich würde ich das gerne heute machen. Aber wir müssen heute auf jeden Fall was einkaufen. Und mein Freund schläft noch, weil er ja Nachtschicht hatte. Katze, gehst du bitte runter vom Tisch? Immer diese Katzis. Tja, auf jeden Fall nehme ich euch natürlich nachher wieder mit. Tut mir leid, dass dieser Vlog so wahnsinnig lang geworden ist. So unglaublich lang. Eigentlich hätte ich für den Fotokina-Tag so einen eigenen Vlog machen müssen. Also so ein eigenes Video. Weil es einfach so lang geworden ist. Einfach nur durch die Fotokina. Aber ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall gefallen bisher. Und ja, ganz zu Ende ist der Vlog ja noch nicht. Also bis später. Hallo. Ich habe mich gerade an Klemmen nicht angehübscht. Wir waren gerade einkaufen. Und werden jetzt einfach mal spontan noch mit einer Freundin und ihrem Freund, wo ihr Freund, mein Freund jetzt erst kennenlernt, Eis essen gehen bei Cowboys. Eis essen gehen. Essen gehen bei Cowboys. Und ganz eventuell danach noch ins Kino. Mal gucken in Bettmoms. Müssen wir mal gucken, wie müde wir dann alle sind und so. Und die sehe jetzt extrem glowy aus gerade. Ich habe mich gerade noch ein bisschen mit meinen Resten den Fixierspray eingesprüht. Deswegen ist meine Brille jetzt gerade auch nicht drauf. Eigentlich hätte ich ja gerne Kontaktlinsen, ne? Aber durch meine Hornhautverkrümmung hatte ich da letztes Mal Schwierigkeiten, als ich welche haben wollte. Ja, so sieht das auf jeden Fall gerade bei uns aus. Oh Gott. Dieses ultra gelbe Licht. Ich bin ein Simpsons. Okay. Das war strange. Alles klar. Wir fangen gleich vorher aber noch eben ein, zwei Autos angucken. In einem Autohaus. Weil wir eigentlich eh nichts so zu tun haben. Und dann können wir morgen vielleicht schon in ein anderes Autohaus fahren, wenn die anderen geöffnet haben. So, meine Hübschen. Ich habe mich gerade frisch abgeschminkt. Wir sind wieder zu Hause. Waren noch im Cowboys essen. Das war sehr lustig. Das war sehr cool. Ist einfach immer wieder genial. Und ja, an dieser Stelle beende ich dann jetzt den Vlog. Vielen Dank fürs Zuschauen, diesen unendlich langen Vlog. Wenn er euch gefallen hat, gebt ihn gerne einen Daumen nach oben. Abonniert sehr gerne auch meinen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.